ok weiter geht es da ist der wo sind die ganzen leute gibt zu für die animalien hier bist du verantwortlich warte und sollen wir wetten viele befindet die fehler in der matrix oder findet ihr hinter der tür ok ein zugang zum säcken jetzt sagen ich schon geht das nur eine ebene aber es wird glaube ich ein gegner kommt den ich hassen werde nicht der den habe ich sowieso davor schon was ein anderer gegner der nicht nett ist der nicht nicht nett ist städt jetzt alle herzlosen hier nur um das schlussenschwert zu level das keine tiefere begründung nein ich habe keinen hass gegen die und so Doch, eine andere Begründung, äh, ein anderer Grund ist wegen der SP-Kumpel. Okay, jetzt hole ich mir mal die ganzen Kisten, die hier sind. Wollte ich eigentlich, aber naja. Okay, ich glaube gleich, jetzt kommt, gleich kommt es. So, dann ist ein anderer Weg auch noch. Ich glaube, ich gehe jetzt mal den anderen Weg. Ich glaube, da, ich hoffe nicht, dass der Gegner jetzt da kommt. Ich hoffe, er ist wirklich. Okay, er kommt nicht. Ich weiß nicht, was ich dir dabei gedacht habe, mit diesem Bastard für den Gegner da reinzukriegen. Außer die Autobahn jetzt. Okay. Okay. So soll man da reinkommen Geh mal weg Ich hab alles Ich bitte nicht Das kommt also anzeige ja hier ist ein geheimer gegner Da kann man sehr wenig aber sp punkte Ach ich weiß jeder man da kommt ich weiß wieder wann da kommt Komm Komm Bis hat es nicht so viel geweckt Okay Okay Wo ist da eigentlich ausgegangen Da Jetzt legt das wieder so extrem Extrem Was hab ich da gehört Komm 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 Wie sieht es mit der Kommando Matrix aus? Ja, okay, die sind schon so weit. Okay. Komm, Blitz. Ja, komm, Blitz, dann kann man immer gebrochen. Und erklärt mal, wo Truck ist. Seid ihr okay? Gerade waren wir alle verschwunden. Also ich habe hier die ganze Zeit über niemanden vermisst. Ich auch nicht. Was redest du für den Unsinsura? Wie bitte? Haben die davon gar nichts mitbekommen? Äh, wie sieht es aus? Hast du Truck? Ach, Mann. So. Ein bisschen genervt, Mikro. Hast du Truck mittlerweile gefunden? Interface on, äh, Ostwahl nicht. Gibt es sonst vielleicht noch eine Spur? Hm. Tja. Also. Äh, okay. Ich suche einfach über Nacht. Entschuldige die Umstände. Pass auf dich auf, ja? Findet ihr, äh, Findetrag. Ob ich nichts besser zu tun hätte, Leute. Ob ich nichts besser zu tun hätte. Aber hier ist der... Der ganz hinten. Und mal schon wieder neue Blöcke. Darum stimmt was nicht. Das sollte ich mal hinten sehen. Okay, wie viele neue Blöcke sind da? Ich will die sie jeden herzlosen, äh, angreifen, der in den Quere kommt jetzt. Nur wegen der Erfahrungspunkten für mein Schussenschwert. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich auch auf Angst gut gekommen bin. Aber naja, ich kann die auch in den Ball zerstören, wenn ich kann. Ja. 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 Da ist der... Das ist doch perfekt gemacht, Sora. Wenigstens in eine Stufe erhöht worden. Aber jetzt mach ich mal gleich jetzt dazu. Habe ich besser als Chancen gegen den Boss? Stufe 5 Okay So Wie extrem langsam das ist, das ist echt kacke Komm mal her, du kleine Pussy Verdammt Das war ne schöne Attacke Das hab ich grad bekommen, das weiß ich gar nicht jetzt Okay Hey, Heiltrank Also es lohnt sich schon hier vorbeizuschauen Okay Du warst die ganze Zeit da, du warst okay Ja, die Schattenlöche kommen immer wieder Die haben ja sowieso nix anderes zu tun, als anzureifen Wieso brenn ich eigentlich? Verdammt, das war jetzt meine einzige Chance, diese Truhe zu bekommen Oder? Was hat das zu bedeuten? Das Gebäude ist hier total platt Ist hier irgendwer? Hallo? Trak, bist du das? Wo steckst du? Aber weiß ich auch nicht genau Bis gerade war ich noch auf dem Dach, aber Hm, ob ihn die Fassade verdeckt Behebe ich diese Störung, finde ich wie ihn vielleicht Also los Ja, ist klar Ich weiß gar nicht, wo das jetzt ist Das Problem Aber ich suche jetzt Ich will erst diese Kiste haben So So Ach, Mann Wo war der Fehler nochmal? Wo war der Fehler nochmal? Ich hab gar keinen Plan jetzt Ach, da war es Ach, da war es Es dauert echt zu lange Wie viele Schichten sind hier? Drei Stück blaue Böcke Ich hab keine Wunder Ich hab nichts Ja Ich hab nichts Ich hab nichts Ich hab nichts Ich hab nichts Ich hab mich Jetzt weiß ich wieder, warum das Spiel ein bisschen kacke ist. Allgemein ist das Spiel ja gut, aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Stört. Ja, ich weiß, achso. Also diese hier haben eine bestimmte Bedeutung, wenn man die zusammenfügt, dann passiert das hier und dann gibt es immer mehr Punkte. Das war jetzt das, was mir gerade erzählt wurde. Jetzt gibt es... Wie viele Gegner gibt es hier? Drei. Das sind alle drei oben. Das war etwas dämlich von dir, aber naja. Ich weiß, dass ich das erste Mal hier richtig eisgelt gestorben bin. Nee, nee, nee. Wie fängt die erst mal zusammen? Die SP-Punkte. Hat man immer gebrochen? Ähm, ja. Das ist aber ein Riesengebiet. Es gibt acht Gegner hier. Zwei habe ich schon. Okay. Halt euch. So, der ist unten. Sieht schön aus bei mir, oder? Okay. Der kommt auch runter. Okay, das haben wir dann auch. Ganz easy ist das irgendwie für mich. Supertrunk. Wir sind ja so doll bei Pokémon. Mit Supertrunk und so. Der muss da vorne hin, weil... Ihr habt ja gerade gesehen. Jetzt hören wir das auf. Jetzt da hin. Ach komm, fickt euch doch ins Knie hier. Ey, wie lange dauert das noch, bis man schlussisch fällt, der gelevelt ist. Das nervt langsam. So. Ich glaube, mein Boss, wenn ich das richtig... Äh, hab ich dann das gelevelt. War sowieso gleich ein Cut. Wie lange mal hin, hab ich in diesen Parts eigentlich besser gemacht. Weiß Amulett... Fertiger Wurf... Fertiger Wurf. So sieht's doch besser aus. Hm. Sexy. Hallo, hört mich da niemand? Klang, als kam das vom Dach. Ach. Schwärme auch, Buller. Aber wir reden im nächsten Part mit ihm. 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 Vielen Dank.